Was ist passiert? Bob, was machst du denn hier? Ich bin Kevin. Du solltest in dem Laden sein. Ich bin im Urlaub und ich will dein bestes Zimmer. Weiß Courtney, dass du hier bist? Sie kümmert sich nicht mehr um mich. Brauchst du Geld oder nicht? Willkommen in Andys Hotel. Andys Hotel? Wie ungewöhnlich. Mal sehen, was wir machen können. Der Hamster wird eine Etage haben. Ich befestige es hier. Und die Rohre. Jetzt können wir das Innere dekorieren. Wow. Andy hat einen Snack für mich gemacht. Er weiß, wie mein Gäste erfreut. Hab dich. Was machst du da? Das ist unser Hamster. Er ist der Hauptverdächtige. Der Hauptverdächtige. Jemand hat Tiere im Laden freigelassen. Ich hab bei allen Käfingen halbgegessene Obststücke und Fellbüschel wie das von Bob gefunden. Ich bin Kevin. Unterbrich mich nicht. Courtney und ich haben alle Tiere zurückgebracht. Aber nie eine Schildkröte gefunden. Deshalb hab ich beschlossen, Bob zu suchen. Damit er uns zu der Schildkröte bringt. Ich werd dir sagen, wo sie ist. Wenn du mein Zimmer machst. Versprichst du das? Das Wort des Hamsters. Okay, ich helfe dir, es zu beenden. Ich bin froh, das zu hören. Vergesst den Whirlpool nicht. Ich hab's. Es gibt keinen Urlaub ohne Whirlpool. Ist er viel? Manchmal isst er mehr als ich. Er wird nie verhungern. Oh, sorry. Wir brauchen auch Wasser. Andy, fangen! Autsch! Mir geht's gut. Das wird dein schönes Laufrad sein. Ich werd ein Loch machen. Ich schneide ein Balken in einem rechten Winkel ab und befestige die Frisbee. Der letzte Schliff und der kleine Unruhstifter kann reinkommen. Das hast du ja doch gut hinbekommen. Das hast du ja doch gut hinbekommen. Endlich kann ich mich entspannen. Willst du mir jetzt sagen, wo die Schildkröte ist? Ich hab's dir versprochen. Folge meinen Anweisungen. Ich behalte dich im Auge. Wir brauchen ein Zimmer für eine Schildkröte. Noch eine kostenlose Bestellung? Klar doch. Jederzeit. Dankeschön. Wuff! Wuff! Hast du etwas? Nein. Woher kommt dieser Hund? Andy! Ich wurde gebeten, mich um meinen Hund zu kümmern. Lass ihn in deinem Hotel wohnen. Sorry, Chef. Es gibt keine freien Zimmer mehr. Das heißt, es gibt keinen Job mehr. Mir wird schon etwas einfallen. Oh! Hör auf! Du solltest mir helfen. Ich muss eine Schildkröte finden. Du brauchst doch ein Zimmer für sie, oder? Abgemacht. Ich helfe dir mit dem Hund. Und du machst dein Zimmer für die Schildkröte. Oh, toll. Woraus sollen wir das Zimmer machen? Sieht das nicht aus wie eine Hundehütte? Hey, da sind meine Sachen drin. Willst du, dass dein Chef dich feuert? Nein, das will ich nicht. Leg deine Sachen hier rein. Das ist dann alles. Du hättest sie vielleicht nicht wegwerfen sollen. Sorry. Bist du sicher, dass er da reinpasst? Ja, klar. Ich glaube, wir sollten nachsehen. Für einen Menschen ist das nicht so bequem. Aber für einen Hund schon. Smartphone. Kekse. Saft. Gib mir deine Hand. Entferne die ganzen Schrauben. Was hast du gemacht? Ich habe mir dein Video angesehen. Lustig. Vergesst nicht zu liken. Das Gute ist, dass man sie leicht entfernen kann. Es sind noch ein paar LED-Lichter übrig. Cool. Lass uns einen Knochen machen. Hm. Ja, das wird lustig werden. Komisch. Das muss doch funktionieren. Ich weiß. Wie hast du das gemacht? Mein Dad hat es immer so gemacht. Ich schätze, das trägt niemand mehr. Vielleicht sollte es mit etwas gefüllt werden. Was? Wo kommt der Schnee her? Jinglebez, Jinglebez, Jingle all the way. Du bist so eine Nervensäge. Jetzt muss ich alles wegmachen. Eigentlich gefällt mir die Idee. Bewege dich nicht. Noch ein Versuch. Guter Hund. Hast du alles aufgeräumt? Okay, du hast es verdient. Sollen wir ein paar Spielsachen an die Wand hängen? Der Hund ist so aktiv. Wow. Ich will auch den YouTube-Diamond-Play-Button. Ich habe auch einen Preis bekommen. Betruger? Oh. Die Preise führen den Ramm perfekt aus. Häng eine Gelander auf. Ich bin gleich wieder da. Was ist das? Das ist ein Regenschutz. Cool, oder? Wir sind drin. Woher soll der Regen kommen? Was ist mit dem Feueralarm? Nein. Puh. Siehst du? Lass es uns um das Vorderdach hängen. Dann ist es noch gemütlicher. Wo stellen wir die Schüssel hin? Die Spielsachen fehlen auch noch. Obwohl, vielleicht brauchen wir gar kein Spielzeug. Was meinst du dazu? Rein damit. Wir bringen sie rein. Aha. Das ist ein sehr bequemer Ort, um die Schüssel hineinzustellen. Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Du hast einen guten Appetit. Den hab ich auch. Wenn sie so weitermacht, wird sie alles aufessen. Fang. Toll. Gutes Mädchen. Alle Spielsachen passen rein. Und alles ist an seinem Platz. Wie soll sie ihn öffnen? Oder werde ich jedes Mal herkommen müssen? Lass uns dein Spielzeug an die Griffe binden. Dann kann sie ihn selbst öffnen. Schafft sie das? Wow, es funktioniert. Ich hab's dir doch gesagt. Sie kann ihre Klamotten und ihre Leine hier lassen. Vergiss nicht, dass das in jedem Haus sein sollte. Eine Bloggerausrüstung? Eine Matte. Wir machen sie aus einem Seil. Woher hast du es? Ich hab's immer dabei. Nur für den Fall. Für welchen Fall? Für jeden. Das Zimmer ist fertig. Es ist ziemlich schön. Ein bequemes Bett. Mein Kompliment an den Koch. Schönes Zimmer. Du hast dein Trinkgeld verdient. Danke. Und was ist mit mir? Wir haben ein schönes Zimmer gemacht. Danke. Ich helfe gerne. Und du machst dein Zimmer für die Schildkröte. Ja, ja. Ich erinnere mich. Komm schon. Lass uns nach der Schildkröte suchen. Oh. Wenn ich gewusst hätte, dass das Hotel so beliebt ist, hätte ich ein Schild an meine Tür gehängt. Zuerst werden wir dafür sorgen, dass sie nicht wieder ausreißen kann. Das Zimmer soll wie eine Wüste aussehen. Und eine Lampe fehlt noch. Und Barschaum. Zurechtschneiden und anmalen. Einfach und gut. Oh je, was ist denn mit dir passiert? Das ist alles nur wegen ihm. Wie konnte der Hamster das nur tun? Ich bin seiner Karte gefolgt. Und da waren überall Fallen. Hehe. Das passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Kein Blödsinn. Du bist einfach tollpatschig. Wir erklären das schon noch. Hehe. Wir werden sehen. Wow, du hast so ein schönes Zimmer gemacht. Ja, das hab ich. Du hast ein perfektes Hotel gebaut. Hä? Sag das nicht, wenn es nur Rentalbe wäre. Ich hab nicht umsonst ein Schild an die Tür angebracht. Was hast du gemacht? Eine Hotel-Shit an deiner Tür. Damit der Hund bleiben kann. Aber. Ich hab überreagiert. Ich hätte sie nicht ausschließen sollen. Was denkt ihr? Kommentiert unten. Es scheint, als hätten sich Gerüchte über das Hotel verbreitet. Ist das hier ein Tierhotel? Was ist es? $Wер써pes. Und jetzt? Ja. Ja. Vielen Dank.